Im Allgemeinen halten wir Unannehmlichkeiten in jeder Form für schlecht. Für praktizierende oder spirituelle Krieger, für Menschen also mit einem gewissen Hunger nach der Wahrheit, sind Gefühle wie Enttäuschung, Verlegenheit, Irritation, Groll, Zorn, Eifersucht und Angst sehr klare Augenblicke, die uns zeigen, wo wir noch blockiert sind, wo wir noch an uns arbeiten müssen. Sie lehren uns aufzuwachen und die Situation anzunehmen, obwohl wir das Gefühl haben, dass wir zusammenbrechen oder davonlaufen wollen. Sie sind wie Boten, die uns mit erschreckender Deutlichkeit zeigen, wo genau wir festgefahren sind. Genau dieser Augenblick ist der vollkommene Lehrer. Und wo immer wir auch sein mögen, er ist zum Glück für uns, stets bei uns. Wir können die Situationen und Menschen, die unsere ungeklärten Angelegenheiten zum Vorschein bringen, durchaus als Chance verstehen. Wir müssen nach nichts jagen. Wir müssen nicht extra versuchen, Situationen zu schaffen, die uns an unsere Grenzen bringen. Sie stellen sich ganz von selbst ein, mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks. Jeder Tag bietet uns unzählige Möglichkeiten, uns zu öffnen oder zuzumachen. Die kostbarste Gelegenheit ergibt sich dann, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir glauben, mit den Ereignissen nicht mehr fertig zu werden. Es ist einfach zu viel. Es ist zu weit gegangen. Wir fühlen uns miserabel. Es gibt keine Möglichkeit mehr, die Situation noch zu manipulieren oder ohne Gesichtsverlust aus der Angelegenheit herauszukommen. Egal, wie sehr wir es versuchen, es kann nicht mehr klappen. Das Leben hat uns festgenagelt. Es ist, als würden Sie in den Spiegel schauen und einen Gorilla sehen. Der Spiegel ist real. Er zeigt Sie, und was Sie sehen, ist erschreckend. Sie versuchen, den Spiegel etwas zu drehen, um besser auszusehen. Aber was Sie auch tun, Sie sehen immer noch wie ein Gorilla aus. Das heißt es, vom Leben festgenagelt worden zu sein. Sie befinden sich in einer Situation, die Ihnen keine andere Wahl lässt. Entweder Sie leugnen das, was ist, oder Sie umarmen es. Die meisten von uns verstehen derartige Situationen nicht als Lektion. Automatisch hassen wir sie. Panisch rennen wir davon. Wir versuchen es mit allen möglichen Fluchtwegen. Jede Sucht kommt letztlich aus diesem Moment, an dem wir unsere Ecken und Kanten erfahren und uns einfach nicht mehr ertragen können. Wir glauben, wir müssten diese scharfen Kanten abfeilen, sie mit etwas dämpfen, und wir werden süchtig nach allem, was den Schmerz zu lindern scheint. Tatsächlich wurzelt auch der wild gewordene Materialismus unserer Zeit in diesem Moment der Erkenntnis. Wie viele Möglichkeiten hat man sich nicht schon ausgedacht, uns von diesem Moment abzulenken, seine scharfen Kanten zu glätten, ihn abzutöten, nur damit wir die volle Gewalt des Schmerzes nicht aushalten müssen, der immer dann entsteht, wenn wir eine Situation nicht mehr so manipulieren können, dass wir gut dastehen. Meditation ist eine Einladung, die uns den Weg eröffnet, auf dem wir lernen, an unsere Grenzen zu gehen, statt uns von Erwartungen und Befürchtungen davontragen zu lassen. Durch die Meditation lernen wir, klar zu erkennen, was in unseren Gedanken und Emotionen vorgeht, und wir lernen auch, es wieder loszulassen. Das Ermutigende an der Meditation ist, selbst wenn wir uns wieder verschließen, können wir uns doch nicht mehr in Unwissenheit verschließen. Wir erkennen deutlich, dass wir zumachen. Allein dies erhält allmählich die Dunkelheit der Unwissenheit. Wir beginnen zu erkennen, wie wir davonlaufen, uns verstecken und uns beschäftigt halten, damit nur ja unser Herz nicht berührt wird. Und ebenso klar beginnen wir zu erkennen, dass wir uns genauso gut auch öffnen und entspannen könnten. Generell sind Enttäuschung, Verlegenheit und alle anderen Gefühle, in denen wir uns unwohl fühlen, eine Art Tod. Wir haben völlig den Boden unter unseren Füßen verloren. Wir können die Dinge nicht mehr zusammenhalten und fühlen uns nicht mehr als Herr der Lage. Statt zu begreifen, dass der Tod stattfinden muss, damit Geburt möglich werden kann, kämpfen wir hartnäckig gegen die Angst vor dem Tod. An seine Grenzen zu stoßen, ist durchaus keine Strafe. Eigentlich ist es ein Zeichen von Gesundheit, dass wir, wenn wir an den Ort kommen, an dem wir sterben werden, vor Angst zu schlottern beginnen. Ein Zeichen noch tieferer Gesundheit ist es aber, wenn wir vor Angst nicht zusammenbrechen, sondern sie als Botschaft verstehen, dass es an der Zeit ist, mit dem Kämpfen aufzuhören und dem, was uns bedroht, direkt ins Auge zu blicken. Gefühle wie Enttäuschung und Angst kündigen uns an, dass wir in unbekanntes Terrain vorstoßen. Für einige Menschen kann ihr Schlafzimmerschrank unbekanntes Gebiet sein, für andere ist es der Weltraum. Das, was bei mir Erwartungen und Befürchtungen weckt, ist etwas anderes als bei ihnen. Meine Tante stößt an ihre Grenzen, wenn ich eine Lampe in ihrem Wohnzimmer umstelle. Meine Freundin kann es nicht ertragen, umziehen zu müssen, mein Nachbar hat Höhenangst. Es ist eigentlich egal, was uns an unsere Grenzen bringt. Der Punkt ist, dass es früher oder später allen passiert. Das erste Mal begegnete ich Trungpa Rinpoche in einer Gruppe von Viertklässlern, die ihm eine Menge Fragen über seine Kindheit in Tibet und seine Flucht vor den chinesischen Kommunisten nach Indien stellten. Ein Junge fragte ihn, ob er jemals Angst gehabt hätte. Rinpoche antwortete, dass sein Lehrer ihn auf Friedhöfe oder an andere unheimliche Orte geschickt und ihn immer wieder aufgefordert hätte, mit Situationen zu experimentieren, in denen er sich unbehaglich fühlte. Dann erzählte er die Geschichte von einer Reise zu einem Kloster, die er einmal mit seinen Gefährten unternommen hatte. Als sie zum Eingangstor kamen, sahen sie sich einem riesigen Wachhund mit gewaltigen Fängen und roten Augen gegenüber. Der Hund knurrte zornig und riss an seiner Kette, um sie anzugreifen. Als Rinpoche näher kam, konnte er seine bläuliche Zunge erkennen und sehen, wie ihm der Speichel aus dem Maul tropfte. In sicherer Entfernung drückten sie sich an dem Hund vorbei durchs Tor. Plötzlich riss die Kette und der Hund raste auf sie zu. Die Gefährten schrien auf und erstarrten vor Schreck. Rinpoche drehte sich um und rannte, so schnell er nur konnte, direkt auf den Hund zu. Der war so überrascht, dass er den Schwanz einzog und die Flucht ergriff. Wir können Herausforderungen in einem Pudel oder in einem Wachhund begegnen. Die interessante Frage jedoch lautet, was geschieht dann? Auf dem spirituellen Pfad geht es darum, über Erwartungen und Befürchtungen hinaus in unbekanntes Territorium vorzustoßen und kontinuierlich weiterzugehen. Es ist vielleicht der wichtigste Aspekt der spirituellen Reise, ständig in Bewegung zu bleiben. Wenn wir an unsere Grenzen stoßen, geht es uns gewöhnlich wie Rinpoches Gefährten. Wir erstarren vor Schreck. Unser Körper erstarrt und ebenso unser Geist. Wie arbeitet unser Geist, wenn wir einer Herausforderung begegnen? Statt in unserer Erfahrung zu schwelgen oder sie zu leugnen, können wir zulassen, dass die Energie der Emotion, also die Qualität unserer Gefühle, uns bis ins Herz durchbohrt. Das ist leichter gesagt als getan, aber das ist der Pfad des Mitgefühls, der Pfad der Entwicklung menschlicher Tapferkeit und Herzensgüte. In den Lehren des Buddha hören wir von Ichlosigkeit. Das hört sich schwer verständlich an. Wovon ist eigentlich die Rede? Wenn die Lehren über Neurosen sprechen, ja, dann fühlen wir uns sofort zu Hause. Davon verstehen wir etwas. Aber Ichlosigkeit? Wenn wir an unsere Grenzen stoßen und uns bemühen, diesen Bereich wirklich kennenzulernen, das heißt, dass wir uns trauen, weder in Emotionen zu schwelgen, noch sie zu unterdrücken, dann löst sich etwas Hartes in uns auf. Die bloße Kraft jeder Energie, sei es die Energie des Zorns, die Energie der Enttäuschung oder die Energie der Angst, weicht uns auf. Wenn wir sie nicht in irgendeine Richtung kanalisieren, dann durchbohrt uns genau diese Energie bis ins Herz und öffnet uns. Das ist die Entdeckung der Ichlosigkeit. Sie geschieht, wenn all unsere Strategien versagen. An unsere Grenzen zu stoßen ist so, als würden wir eine Tür zu geistiger Gesundheit und zur bedingungslosen Güte der Menschheit entdecken, statt einem Hindernis oder einer Bestrafung zu begegnen. Die formelle Meditation ist die sicherste und vielseitigste Art, mit der Entwicklung dieser Haltung anzufangen. Auf unserem Sitzkissen werden wir damit vertraut, weder zu schwelgen noch zu unterdrücken, und wir lernen, wie es sich anfühlt, die Energie einfach da sein zu lassen. Aus diesem Grund ist es so hilfreich, täglich zu meditieren und wieder und wieder mit unseren Erwartungen und Befürchtungen Freundschaft zu schließen. So säen wir die Samen, die uns schließlich befähigen, auch inmitten des alltäglichen Chaos, wach zu sein. Es handelt sich um ein allmähliches Erwachen, um einen Prozess, bei dem vieles zusammenkommt. Wir sitzen nicht in der Meditation, um gute Meditierer zu werden. Wir meditieren, um in unserem Leben wacher zu sein. Das Erste, was in der Meditation geschieht, ist, dass wir anfangen zu erkennen, was geschieht. Obwohl wir immer noch davonlaufen und in unseren Emotionen schwelgen, sehen wir deutlich, was wir da eigentlich machen. Man sollte meinen, dass das klare Erkennen unseres Tuns augenblicklich dazu führt, dass wir damit aufhören können, aber so ist es nicht. Über einen recht langen Zeitraum sehen wir nur deutlich, was wir tun, und je nach dem Grad unserer Bereitschaft, unser Verdrängen und Schwelgen klar anzuschauen, beginnen sie, sich zu erschöpfen. Sich erschöpfen ist nicht dasselbe wie verschwinden. Vielmehr entwickelt sich eine offenere, großzügigere, erleuchtetere Perspektive. Wir können zwischen Schwelgen und Unterdrücken unsere Position finden, indem wir alles, was erscheint, nur erkennen, ohne zu urteilen, und indem wir die Gedanken sich einfach auflösen lassen und zur Offenheit des Hier und Jetzt zurückkehren. Das ist es, was wir in der Meditation wirklich tun. Die Gedanken kommen, aber statt sie zum Schweigen zu bringen oder in ihnen zu schwelgen, erkennen wir sie und lassen sie los. Wir kehren einfach ins Hier und Jetzt zurück oder, wie Sokjal Rinpoche es ausdrückte, bringen unseren Geist wieder heim. Nach einer Weile gehen wir auch im Alltag mit Erwartungen und Befürchtungen auf diese Weise um. Ohne Grund hören wir einfach auf zu kämpfen und wir entspannen uns. Wir hören auf zu kommentieren und kehren zur Frische des gegenwärtigen Augenblicks zurück. Diese Haltung entwickelt sich allmählich im Laufe der Zeit und mit Geduld. Wie lange dieser Prozess dauert? Ich würde sagen, den Rest unseres Lebens. Generell öffnen wir uns ununterbrochen weiter, lernen mehr, kommen tiefer in Kontakt mit menschlichem Leiden und menschlicher Weisheit, bis wir beides genau und vollständig kennen und zu immer liebevolleren und mitfühlenderen Menschen werden. Und auch die Belehrungen gehen weiter. Es gibt immer noch etwas zu lernen. Wir werden nicht zu selbstgefälligen Omas und Opas, die aufgegeben haben und sich jede Herausforderung verweigern. Aus diesem Grund begegnen uns in den unerwartetsten Augenblicken immer wieder wütende Wachhunde. Wenn wir uns immer weiter öffnen, so glauben wir vielleicht, müssen auch die Katastrophen, die uns an unsere Grenzen stoßen lassen, immer größer werden. Das Interessante an der Sache ist jedoch, je offener wir werden, desto eher wecken uns gerade die großen Katastrophen auf. Und es sind eher die kleinen Dinge, die uns unvorbereitet erwischen. Wie es auch sei, egal von welcher Größe, Farbe oder Form das Ungemach auch ist, es geht immer darum, sich in die Unannehmlichkeiten des Lebens hineinzulehnen und sie genau anzusehen, statt sich vor ihnen zu verstecken. In der Praxis der Meditation versuchen wir nicht, irgendeinem Ideal gerecht zu werden, ganz im Gegenteil. Wir bleiben einfach bei unserer Erfahrung, wie sie auch aussehen mag. Wenn es unsere Erfahrung ist, dass wir manchmal eine Perspektive haben, manchmal aber nicht, dann ist das eben unsere Erfahrung. Wenn wir manchmal auf das zugehen können, was uns ängstigt, und ein andermal nicht dazu in der Lage sind, dann ist das unsere Erfahrung. Genau dieser Augenblick ist der vollkommene Lehrer und er ist stets bei uns, ist wahrhaftig eine tiefgründige Belehrung. Einfach zu sehen, was vorgeht, das genau ist jetzt die Lektion. Wir können dranbleiben an dem, was passiert, statt uns davon zu trennen. Wachheit findet sich in unserer Freude und in unserem Schmerz, in unserer Verwirrung und in unserer Weisheit. Sie ist in jedem Augenblick unseres verrückten, unergründlichen, gewöhnlichen Alltagslebens verfügbar. Wachheit findet sich in unserer Verwirrung und in unserer Verwirrung.